Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Ghost of Tsushima. Immer noch gemütlich am Lagerfeuer, jetzt ein bisschen umgezogen. Wir haben die Maske ab und ja, mal gucken wann ich das Outfit wechsel, aber noch finde ich das eigentlich ganz passend für den namenlosen Samurai, der wir ja zu sein scheinen mögen, aber wir dürfen ja unseren Clan-Namen nicht bekannt werden lassen. Ihr seid für den Tod eures Vaters jahrelang davon gelaufen. Damit ist jetzt Schluss. Der Albtraum wird immer schlimmer. Ihr könnt euch dem Tod eures Vaters nicht allein stellen. Ohne meine Weisheit verliert ihr eure Seele an den Wahn. Diese Vision, ich habe sie immer noch. Krass, das ist, das wird uns wahrscheinlich noch über die ganze Zeit lang kontrollieren, diese ganzen Vergiftungserscheinungen. Ach, das ist, ist natürlich doof. Für Jin, die laufen gleich dem Falken so, ja, ins Nest gefallen zu sein, könnte man quasi sagen. Ja, aber die wird uns noch früh genug kennenlernen. Wir haben den Kahn besiegt. Warte mal, was war das denn da oben? Ach, die Affen. Ein Affenheiligtum, machst du? Ich wollte gerade sagen, das sah so ein bisschen so aus, so von Weitem, so schneller Blickkontakt, das Schwarze, als wenn es eine Rüstung ist. Aber nein, getäuscht. Gut, ich nehme natürlich die Fragezeichen mit, die wir auf dem Weg zur Hauptquest haben. Ja, wie gesagt, wir dürfen den Namen Sakai am besten gar nicht erwähnen. Oha, mongolisches Gebiet. Okay, stimmt. Eine Feste. Dann nehmen wir die mal ein, diese Feste mal. Ohne, dass das einer mitkriegt am besten. Tschüss. Ich hoffe mal, der ist jetzt auch tot, weil es gab kein rotes Kreuz. Aber der ist mit dem Rücken aufgeknallt. Wenn du das überlebst, dann weiß ich auch nicht. Nee, der ist ziemlich, ziemlich durch. Gut. Sie sehen mich. Verdammter Geier. Hallo, ich fahr gar nicht mehr im Radius. Auf wen hat der da denn geschossen? Warte mal, ich muss jetzt erstmal der Taubenfieder abschießen. Wie soll ich das denn? Alter, im Flug. Hm, das wäre jetzt auch wirklich nice gewesen, wenn ich das getroffen hätte. Woher mich das Vieh auch erkennt, dass ich eigentlich ein Böser bin. Hm. Das werden wir wohl nie herausfinden. Überall haben sie hier Geschütztürme aufgebaut. Warte mal ganz kurz. Erstmal kurz lauschen. Wer ist das Täubchen? Schön flindern. Den hole ich da aber noch. Oh, warte. Ja, sehr gut. Ich hole mich da jetzt aber noch runter. Shit, der lebt sogar noch. Video-Watchers auf Tsushima. Ich hoffe, sie folgt genauso. Shit, haben die mich jetzt gesehen? Weil die jetzt hier am Rumsingen sind. Und das steht eigentlich günstig, aber ich habe nur noch Sprengpfeile für den. Viel Spaß damit. Schade. Hallo. Jetzt lernt ihr mal den Geist, Tsushima's kennen. Eigentlich wollte ich da nicht unter durch. Ach, hör doch auf. Was ist das für eine komische Pfeife eigentlich? Na toll. Der letzte schöne Pfeil verschossen. Oh, Hashira Shondong. Toll. Schade. Schade. Das funktioniert nicht mehr. Schade. Das funktioniert nicht mehr. Gut. Dann kämpft jetzt so mit euch. Guck doch nicht deinen toten Kumpel da an. Äh. Oh. Warte mal. Die steht da ganz günstig. Warte mal. Die steht da ganz günstig. Das macht das eigentlich krass. Wenn das die Mongolen auf Tsushima gemacht hätten... Ey, ich bin rausgelegt. Vielleicht ein bisschen länger überlebt. Komm schon. Ja. Ja. Ja, ich bin rausgebracht. Warte mal. Ja. Oh. Weißt du was? Jetzt sehen wir mal hier unsere geilen Skills. Fangen alle weite Bogenschütze an. Jetzt reicht's mir. Oh, kurz ins Zelt gegangen. Zwei sind da noch. Heute ist die Kamera nicht so medisch mit mir, was das angeht. So. Oh. So, das hat doch wunderbar geklappt. Und die Dorfbewohner sind zurückgekehrt. Sehr gut. Komm Kaze. Wir reiten weiter. Oh, das ist schon ein bisschen bitter. Selbstgebrannte Rattenpisse. So, mal ein paar Material hier mitnehmen. Nebenbei noch. Hier können wir ja auch Rüstung aufarbeitern. Erweitern und vielleicht neue kaufen. Das wäre natürlich cool. Ist das unsere Flagge? An die Vergangenheit erinnern. Die sieht so ein bisschen so aus wie die Flagge vom Sakai Clan. Ich kenne dieses Schlachtfeld. Ich wollte diesen Ort vergessen. Geht es euch gut, mein Herr? Es fühlt sich nicht wie ein Sieger an. Ich bringe euch zu eurem Vater. Soll sich denn das so anfühlen, First Adachi? Sieger müssen sich nicht gut anfühlen. Wie jung wir da waren. Trotz schon auf Kreuzzügen mitgenommen. Das ist das Ding des Samurai, ne? Es ging nicht im Ruhm. Es war eine Botschaft an ganz Iki. Schützt Plünderer und ihr bereut es. Das waren keine Krieger. Das waren einfache Dorfbewohner. Mit rostigen... Genug. Ich will allein mit meinem Sohn reden. Fürster Dachi. Speist die Männer. Und lasst sie trinken. Komm mit. Vater. Was ist heute passiert? Die Dorfbewohner hielten Plünderer versteckt. Wir haben sie abgeschlachtet. Alle Männer des Dorfes. Die Samurai waren heißblütig, ja. Doch diese Narren griffen uns an. Der Mann bin ich. Dieser Mann war ein Verbrecher. Du hast dich heute gut geschlagen. Besser, als ich erwartet habe. Wir folgen den Befehlen unseres Jito. Stehe, erhobe den Hauptes. Heute... ...warst du ein Krieger. Stehe, erhobe den Hauptes. Heute... ...warst du ein Krieger. Wärt ihr heute hier, Vater? Würdet ihr meine Taten ebenso belegen? Ja, das erklärt natürlich einiges, warum der Sakai-Clan nicht so gern auf Ikki gesehen wird. So, Kaze, wo bist denn du? Da bist du. Im Grunde genommen nicht besser als die Mongolen. Aber der Jito hat gesagt, alle die Plünderer beherbergen, sollen bestraft werden. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich meine, ich kann den Hass dann verstehen. Auf jeden Fall, klar. Schon wieder ein Heiligtum. Okay, fordere ich euch mal raus. Später mit Köter. Kommt nun. Nichts da. Wo ist das andere Vieh? Abgehauen. Sind das kleine Luchse? Oh, rennt doch nicht weg. Schade. Ja, was habt ihr mit den Heiligtümern? Was wollt ihr immer hier? Flöte spielen. Auf unseren Spaziergängen unterhielt mich meine Mutter mit lustigen Geschichten über die Katzen. In den Palästen von Kyoto. Es sind Katzen. Es sind Katzen! Es sind Katzen! eigentlich noch besser als die Füchse, weil das... Wie süß! Oh! Jetzt möchte ich auch so einen haben. Auf jeden Fall. Ich möchte sie befragen. Aber stets war es bald Zeit für meine Bokuto-Übung. Meine Mutter brachte mich dann zum Schwertmeister, meinem barschen Samurai vom Land. Doch ich glaube, sie wollte etwas anderes für mich. Talisman der Jagd. Okay, wirf mit dem Segen des Katzen-Kami während Ketten-Attentate Kunai auf ein Ziel, was deine Reichweite vergrößert. Mhm. Da muss ich mich mal genauer mit befassen. Ich bin ja, was mein... Ach, guck mal, guck mal, wie viele Katzen hier sind. Oh, hier möchte ich eigentlich gar nicht weg. Ja, das ist cool. So, dann auf zum nächsten Ziel. Ja, auf zum nächsten Ziel. Ich bin mal gespannt, ob man mir helfen kann mit der Vergiftung. Oder ob nur der der Falke mir da helfen kann. Das ist halt die Frage. Bei dem Samurai wussten wir wenigstens, was uns erwartet. Wird dieser Adler stand so herumstolzieren wie sie? Oder der Adler, ich sag immer der Falke. Was hat der hier zu sagen? Falls ihr zur Sascho-Bucht reisen solltet. Den angespülten Schiffswracks dort sollte man Zuflucht finden können. Ich merke es mir. Sind dort noch andere? Ein paar versteckten sich vor den Mongolen und erzählen Geschichten von der Sakai-Invasion. Die Sakai-Invasion? Die Geschichten würde ich auch gerne hören. Okay, ein Hint auf eine Nebenquest. Ich sag ja, das ist so cool in diese Welt integriert, das Ganze. Wie du die ganzen Sachen finden kannst. Ich meine, du kannst den Wind... Du hast hier halt keinen Marker. Du hast diesen tollen Wind, den du folgen kannst. Wäre ich supergeil. Dann hast du die goldenen Vögel, die dich, wenn du in der Nähe bist, darauf lotsen. Und dann hast du ja noch Na ja, gut. Du hast die Möglichkeit, durch die weißen Rauchsäulen auf was zu finden, was interessant ist. Wollte gerade sagen, du klingst wie unser Freund. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Was tut ihr da? Mongolen haben mein Haus angezündet. Entweder baue ich ein neues oder ich schlafe im Gras. Niemand kann helfen. Keine Familie? Ich habe niemanden. Hab meine Eltern verloren. Vor 15 Jahren. Musste immer allein bestehen. Und jetzt habe ich auch nichts mehr, was mir gehört. Ach, schaut mich nicht so an. Jeder hat eine Geschichte. Meine ist, dass ich wohl nicht genug Holz habe. Da kann ich eventuell helfen. Seid ihr sicher? Schon gut, ich nehme es. Ich baue ein Haus. Hoffen wir mal, dass die Mongolen das nicht auch niederbrennen. Dabei kann ich eventuell auch helfen. Ich freue mich schon, euer Werk zu sehen. Oh, ich werde es nicht hier bauen. Ich sammle noch Materialien. Aber danke. Ich nehme das mit zum Bauplatz. Unglaublich, dass ich das mache. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ey, wie cool. Natürlich. Was heißt hier, lebt wohl? Auch wenn uns das nichts bringt. Sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube schon, dass das, wenn er sein Haus hat, dann gibt es bestimmt da was für uns. Ey. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Schon wieder Schiff vom Radler. Da steht auch ein Pferd, ist er das? Ja, das ist er. Und hier ist, hier ist wahrscheinlich das Haus, was sie abgefackelt haben. Alles zerstört. Natürlich. Was machst du hier? Warum schaufelst du hier? Ah, okay. Ich verstehe. Was geschah hier? Freunde von mir lebten auf diesem Gehöft. Ich hoffte, dass sie mit uns kämpfen. Doch diese Mongolen-Schweine waren vor uns hier. Sie verdienen ein anständiges Begräbnis. Dauert nicht länger. Ich helfe dir. Das musst du nicht tun. Ich weiß. Ich möchte es. Nimm meine Schaufel. Mögen sie Frieden finden im nächsten Leben. Hätte dich nicht für religiös gehalten. Ich stecke voller Überraschungen. Du wolltest überlegen, ob du mich zu deiner Wande bringst. Hast du dich entschieden? Kommt darauf an. Beeinflusst das Gift des Adlers dich noch? Ja. Doch es macht mich nicht langsamer. Bring mich zu deinen Plünderer-Freunden und ich zeige euch, dass ich mitkämpfen kann. Na gut, Samurai. Uns steht ein langer Ritt bevor. Halt mit mir Schritt. Molen bringst du mich? Eine alte Plünderer-Festung. Eins verstecken wir uns dort vor den Samurai. Jetzt schützt sie uns vor den Mongolen. Hast du keine Bedenken, einen Samurai euer Versteck zu zeigen? Doch und wie. Aber wir brauchen jeden, der kämpfen kann. Sieh dich einfach vor, wenn wir dort sind. Seit der Sakai-Invasion sind die Samurai noch unbeliebter als eine Grube voller Giftschlappen. Die Sakai-Invasion? Der Schlechter von Iki und seine Bande dachten, sie könnten Recht und Ordnung auf unsere Insel bringen. Wir haben es ihnen gezeigt. Doch es hat uns viele gute Leute gekostet. Die fordern wir nicht heraus, da wird nicht so angegriffen. Warte mal, habe ich nicht noch eine Überraschung für euch hier? Was haltet ihr denn von Knallkörpern? Ach, der ist rot. So, gut. Doppelschwert. Aua, ich glaube da. Oh, dem fehlt die Hand. Flink mit Bogen, aber nicht flink genug. Doppelkörpern. Doppelkörpern. Recht zu krank zum Kämpfen. Nee, das nicht. Denn ich bin tatsächlich von sowas doch nicht eingeschüchtert. Vielleicht etwas im Geist eingeschränkt, aber mehr auch nicht. Haftbomb, ja. Das Ding ist, man muss wirklich wieder reinkommen, wo die ganzen Tasten sitzen, beziehungsweise wo die ganzen Sachen sitzen, die man möchte. Genauso wie Doppelschwert. Ich weiß gar nicht, ob die Mondkampfhaltung auch für die Breitschwerttypen geeignet ist. Das weiß ich überhaupt gar nicht mehr. Ich könnte zwar nachgucken. Ausrüstung. Genau, wir haben ja den Talisman gekriegt. Den haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Wie der aussieht. Interessiert. Ja, der muss ja ein goldener Talisman sein. Interessiert mich ja. Denn doch. Bin ich da schon dran vorbei? Oder ist das kein goldener Talisman? Nein, ist doch egal. Ach ja, die Samurai-Rüstung. Ich wollte mir die mal anziehen. Warte mal, wo haben wir sie denn? Sie dürfen nicht wissen, dass ich ein Sakai bin. Ich dachte nämlich, ach komm, ziehste mal die Sakai-Rüstung an. Einfach nur mal zu gucken. Sie dürfen nicht wissen, dass ich ein Sakai bin. Da wird das einfach gesagt. Fand ich eigentlich eine coole Sache. Sakai-Pferderüstung? Kann ich ja nicht anziehen. Das wird ja gleich wird ja gleich auffallen. Nur habe ich gefunden. Die Rüstung. Katzenheiligtümer. Es gibt drei Katzenheiligtümer. Drei Affenheiligtümer. Ich denke, es ist bestimmt auch noch Fuchsheiligtümer. Hoffe ich zumindest. Wäre cool. Das ist die Sakai-Flagge, die zerstörte. Wie viel Holz? Guck mal, wie viel Holz wir haben. Wir könnten auch komplett sein ganzes Haus bauen. Wo ist er hin? Unser F... Da. Hier kommen wir nicht rein. Das war Fone. Wenn Fremde unser Heim finden, blockieren wir den Eingang und töten die Zeugen. Ausnahmslos. Ich hoffe, sie behandelt eingeladene Gäste besser. Wir werden es bald sehen. Wie kommen wir rein? Nur übers Meer. Da gab es vor Jahren einen Weg. Vor meiner Zeit. Weiß nicht, ob er noch existiert. Versuchen wir es. Wie viel hat dieser Mann ermordet? Erinnert ihr euch an den Diener eures Vaters? Seine Kehle wurde aufgeschlitzt, als er schlief. Sein Blut befleckte euer Zelt. Gellok! Jyn, alles gut? Ja. Manchmal höre ich die Stimme des Adlers. Als würde sie deine Gedanken lesen. Nein. Ich höre meine eigenen Gedanken, von denen ich nicht wusste, dass ich sie denke. Aber in ihrer Stimme. Ich hoffe, das hört auf. Ja, das wäre ganz praktisch. Es leuchtet ein, dass die Samurai euer Versteck nicht fanden. Sie überlebte als einzige Festung auf Ikidi Sakai Invasion. Hoffentlich auch die Mongolen. Dass uns das nicht komplett den Verstand raubt und wir noch nicht mehr. Nur die Schlauen. Schöner Trick. Sowas brauche ich auch. Es war ein Geschenk eines bollianten Freuds. Er starb. Es tut mir leid. Ja. Das für die, das für die, äh, Kralle. Such einen anderen Weg. Na toll. Dass wir die Kralle so nutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Soll ich der, nein. Der Kantenmaler war schon wieder aktiv. Diesmal mit. Du kannst gerne mitmachen. Frostiger Farbe. Die Kanten angemalt. Sonst eigentlich immer mit Gelb, aber. Das hätte natürlich doof ausgesehen. mit Gelb. Bastarde. Das ist eins von unseren Schäfen. Freunde von dir? Freunde, ich will sie nicht. Aber ja. Jetzt hat uns ihr Kriegsschild schon vier Schiffe gekostet. Ich, ich bringe uns hier durch. Ich wollte da nicht die coole Rolle machen, aber. Das war wohl nichts. Bambus. Auch da soll ich durch. Gut. Ausnahme. Wie bist du zu Fuhne gestoßt? Wir waren beide im Sakai-Gasthaus untergekommen. Du meinst vor, Sakai. Ungenießbares Essen. Aber unsere Schädel blieben heil. Viele Gäste hatten nicht zu viel Glück. Wir sind fast da. Er lockt euch in ein Versteck von Mördern. Sie werden euch ebenso töten, wie sie euren Vater getötet haben. Ich bin echt gespannt, wie lange das Jin sein Geist noch durchmacht. Wenn wir durch das Tor gehen, gibt es kein Zurück mehr. Alles, was du tust, fällt auf mich zurück. Ich will das nicht bereuen, Samurai. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Tenzo. Versprochen. Gut. Halte dich daran, dann geschieht dir nichts. Bleib in der Nähe. Hol nicht das Schwert raus und überlass mir das Reden. Das andere ist immer so biestig. Pass auf, was du sagst und so. Aber das würde mich theoretisch eigentlich auch so ein bisschen verraten, findest du nicht? Tenzo, du bist zurück. Du hast einen Samurai dabei? Wenn Fune das mitkriegt. Ich sage es ihr selbst. Zurück auf eure Posten. Ich hab dich im Blick. Samurai. Gehen wir zu Fune. Beeindrucker sie. Dann lassen die Wölfer von dir ab. Und wenn mir das nicht gelingt? Sie hat schon Männer gefesselt und von der Flut ertränken lassen und einen Verräter mal als Möwenfutter am Mast ihres Schiffes aufgeknüpft. Weiß nicht, was sie mit einem Samurai macht. Diese Leute. Noch mehr Opfer des Adlergifts. Sie hatten nicht so viel Glück wie du. Tenzo! Uns gehen die sauberen Tücher aus. Zeh in den Schubladen nach. Reiß mein Hemd in Streifen. Gehen wir, Jin. Fune wartet. War das dein Haus? Es wurde gebraucht. Da ist Fune. Ich hätte genug Tücher. Beobachtet uns von ihrem Lieblingspunkt aus. Tenzo! Schwing deinen Arsch hier rauf! Ich komme, Fune! Denk dran. Sei nett. Und kein Samurai geboren. Ja, 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 ja. Da bist du ja, Tenzo. Ich kann das erklären. Das hoffe ich. Denn ich möchte wirklich gerne wissen, weshalb du einen Samurai zu mir einlädst. Du sagtest, finde Leute, die kämpfen können. Ja, für uns. Nicht gegen uns. Wenn ich euch töten wollte, bürstet ihr davon. Jin! Ist schon gut, Tenzo. Lass mich hören, wie der Samurai sein Grab schaufelt. Ich bin hier, weil die Mongolen auch meine Heimat bedrohen. Wird dem Adler hier nicht Einhalt geboten, bringt sie ihre Armee und ihr Gift nach Tsushima. Wir können sie besiegen und unsere Heimaten retten. Aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Er ist dein Fang, Tenzo. Was meinst du? Vielleicht hilft er uns. Oder die Mongolen spießen ihn auf. Und du kannst mit einem weiteren Samurai-Tod auf Iki angeben. Jedenfalls haben wir nichts zu verlieren. Also gut, Samurai. Werdet bloß nicht seekrank. Wenn der nächste Sturm aufzieht, greifen wir mit allen Booten in dieser Bucht das Mongolenkriegsschiff an. Dabei würde die Hälfte eurer Männer sterben. Bringt mich auf dieses Schiff. Ich versenke es. Tenzo, schaff mir den Witzbold aus den Augen. Jin hat nicht ganz Unrecht. Wir kommen nicht einfach an Bord des Schiffes. Aber ein mongolisches Boot aus Iki bringt alle paar Tage Vorräte hin. Wir könnten dieses Tross-Schiff für unsere Lieferung kapern. Tenzo, wenn du glaubst, dass das klappt, übernimm das. Ich brauche ein paar Männer. Jin mit eingeschlossen. In Ordnung. Das Tross-Schiff liegt an der Nordostseite der Insel. Such nach einer kleinen Bucht an steilen Klippen. Wir sehen uns dort. Fune, war mir eine Freude. Werdet nicht übermütig, Samurai. Standhafter Sohn. Die Legende wächst. Talisman der endlosen Reserve. Verdoppelt die Menge der aufgehobenen Munition bei Plündern. Ah. Weil ich mit Plündern zu tun habe. Äh, Plünderern zu tun habe. Okay, okay. Oh, das wäre ja natürlich eine... Ja, vielleicht. Wo ist denn das auf der Karte? Das ist ja, das ist ja hier gleich um die Ecke. Na, warum nicht? Was haben wir noch? Jin aus Yarikawa. Ja. Wir müssen unseren Namen noch bedeckt halten. So, jetzt suche ich natürlich wieder die Talismaner. Beziehungsweise der eine müsste ja eigentlich... Müssten die nicht einen Haken haben? Für neu? Ah, ist doch egal. Ich wollte die Talismaner-Geschichten sowieso, ähm... Offscreen machen. Weil ich mir das einfach genau durchgelesen habe. Aber ich habe meine Talismaner schon. Wind der Konzentration nehme ich jetzt einfach mal. Alles andere brauchen wir nicht. Das, äh, Ding mit dem Pferd... Ja, kann ich jetzt leveln, weil... Ich habe sonst nichts mehr. Ich habe alles gelevelt, was geht. Finde ich auch cool, dass das alles so... Möglich war. Und ich glaube... Ich glaube, ich werde im nächsten Part... Ich glaube, ich werde mich im nächsten Part umziehen. Ja, es ist nämlich wieder soweit. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.